Hit Radio FFA, Jogis Jungs, Neues aus der Nicht-Mehr-Weltmeister-Kabine. So Männer, ihr wisst, warum wir heute hier sind. Ja, es geht um einen Neuzugang. Oder anders gesagt, wenn ihr schon nicht in der Lage seid zu treffen, dann treff halt ich. Keine Angst, ich meine den Ball, sondern eine Frau. Weil das ausgerechnet eine Tatortschauspielerin ist, war zwar so nicht geplant. Naja, Krimis bin ich ja schon von euch gewöhnt. Andererseits ist mir das auch ganz recht, dass sie ist wie ihr. Schlecht in der Abwehr, sie macht öfters mal Hand im Strafraum und lässt gern mal einen rein. Löw ist in die Ehr. Hit Radio FFA, Jogis Jungs, Neues aus der Nicht-Mehr-Weltmeister-Kabine.